Der Frühsommer ist derzeit auf Schmusekurs mit uns und damit Hallo zum Wetter. Besser könnte es nämlich gar nicht sein an diesen Pfingsttagen. Das zeigt doch heute schon der Blick an den Himmel. Viel Sonnenschein wie hier am Rhein. Im Chiemgau gab es dazu noch ein paar schöne Wetterwolken. In der Nacht geht es dann fast wolkenlos weiter. Nur an der Nordsee ziehen gegen Morgen ein paar Wolkenfelder auf. Dazu örtlich 3 Grad im Osten und Norden im Süden 7 bis 12 Grad. Der Start in den Pfingstsonntag wird sehr sonnig. Im Norden ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Dort lebt auch der Wind etwas auf. An den Alpen besteht so ein kleines Gewitterrisiko. Ähnlich geht es dann auch am Pfingstmontag weiter. Im Südwesten wieder 27 Grad. An den Küsten deutlich kühler. Das liegt immer noch an dem nördlichen Wind dort. Für den Rest gibt es aber auf jeden Fall jede Menge Sonnenschein. Am Dienstag, da sind dann mal ein paar mehr Wolken unterwegs. Aber danach geht es dann wieder nahezu mit Sonne pur weiter. Die Temperaturen steigen dann auch wieder in Richtung 30 Grad. Und damit Ihnen jetzt ein schönes langes Wochenende. Und damit die Temperaturen steigen dann auch wieder in Richtung 30 Grad. Und damit die Temperaturen steigen. Und damit dann schon wieder in Richtung 30 Grad.